Also ich könnte echt einen medischen Dreck gebrauchen. Jaja, wer hätte es gedacht? Wenigstens eine offene Tür. Ja, der verdammte Weg ist eingestürzt. Der Weg an die Oberfläche liegt auf der anderen Seite der Kolonie. Geht weiter, wir treffen uns dort. Natürlich. Ah, hier ist ein Baukasten. Kasten. Trifte ich wieder mit Danni. Hm. Ich weiß nicht, ob das nochmal stattfindet. Äh. Ja. Kein Loot. Ist nicht gut. Oh ja. Ich bin noch was drin. Gut. Ich stehe mal an die Maschine. Verkaufen, bisschen wat. Ah, weg. Hehehe. Popcorn-Feeling. So. 11,63 haben wir. Was wollen wir denn? Was wollen wir denn? Also, klar. Die Nahkampfwaffe ist natürlich top. Die haben wir hochgelevelt. Jetzt kann man nur noch Blockschutz und Blockbrecher da drüben. Das muss jetzt nicht sein. Gewolver ist auf volle Pulle. Handschuhe haben wir noch gar nichts gemacht. Aber. Ah, ist wieder Aufladtempo. Energie-Upgrade. Erhöht die maximale Energiekapazität mit Nachrüsterweiterungszellen. Erhöht die Schleuderkraft durch Entfernen von Sicherungen. Ziel kann beim Aufprall verletzt werden. Oh. Das würde mir aber leid tun. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Ich habe nur eine Bia gedrucken. Hehehe. Habe ich tatsächlich. Magzingröße nochmal upgraden. Aber die Waffe, die ist... Ah, die macht schon Schaden, ne? Hm. Hoppala. Ähm. Die Waffe haben wir noch gar nicht gebaut. Automatikpistole, der 2CI. Wird von Ex-Militärofficern wegen des geringen Rückstoßes und der hohen Kadenz bevorzugen. Basiert auf den UJC Modular Waffen Plattformen. Aber die macht ja so gut wie gar keinen Schaden. Guck mal. Das höchste Upgrade ist noch nicht mal Schaden. Ja. Und hier. Viel zu teuer. Da könnte man nicht gebrauchen, ne? Bisschen Energie. Aber da gebe ich doch keine 500 Piepen aus. Hm. Okay. Dann gehen wir vielleicht doch mal an der Handschuhe. Oder? Ich weiß nicht. Ich brauche das irgendwie nicht. Aktiviert passive Betäubungsstrahler, sodass ein Officer weniger Schaden beim Blocken nimmt. Hm. Brauchen wir nicht. Brich den Arm eines Angreifers, wenn sie den Nahkampfangriff eines Officers blocken. Bitte verantwortungsvoll anwenden. Ja, das passiert ja aber auch nicht. Komm, dann gehen wir hier und nehmen die drei kleinen Upgrades für den Handschuh. Die UJC bedankt sich für ihre Produktivität. Vielleicht brauchen wir den noch im Bossfight. So. Und das nehmen wir auch noch mit. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Okay. Here we go again. Ist das okay, wenn ich Angst habe? Oh, da kommt schon einer. Schnell hin bevor sie sich verwandelt. Oh. Verdammt. Da ist schon einer, der sich verwandelt. So. Wo war der andere? Die obere Ebene, Jacob. Such die Klinik. Nicht verwandeln. Oh. 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 Okay. Wir müssen es aber erstmal ein bisschen nach Loot gucken. Sonst können wir da nicht hoch. Da kamen wir her. So. Munition. geräusche ach hier sind wir wieder der anfang da haben wir schon alles einfach mal spaß mal so gehen wir wieder ja das werde ich recht tun ich bin gerade leicht beschäftigt wie nur eine sache ok ja obere klinik ist das ist die tür die zu war halt trinken genau ok wir mal gucken und erschrecken uns ja es ist offen ich wollte ja gerade den kopf schließen haben wir was eingesammelt zu bauen zum verkaufen und für 300 piken sowieso nichts mehr also weiter geht's jetzt können wir wieder rennen kommen zu glauben dass die menschen gelebt haben die hatten bestimmte heizung ok geh du da hin ich geh da hin vielleicht finden wir noch irgendwas cooles wie zum beispiel einen makellosen entschlüsseler der haufen geld wert ist kommt lass mich noch mal da rein ich muss es zu geld machen braucht das geld und den platz im inventar gegenstand auswählen gegenstand auswählen na siehste haben wir schon wieder einen taui also dann würden wir den blockschutz kriegen dass ich weniger schaden nehme beim blocken tatsächlich habe ich vergessen wie man blockt ich glaube es ist auf es bin mir nicht sicher und das bricht den arm ja das finde ich besser obwohl weniger schaden nehmen ist natürlich auch gut da müssen wir uns das blocken mal angewöhnen gegenstand aus druckfertigung entnehmen ok ich komme schon lady los zacko haha wer erst am tor ist gewonnen ja muss ich selber aufmachen was haben sie da denn vor da sind wir die kammer von die fliege war die früher nicht da oder von quantum break diese komische maschine kennt ihr eigentlich alle quantum break habt ihr das mal gezockt oder gesehen irgendwo und das ist ein geiles spiel ich habe quasi also ich bin beim dritten durchlauf hängen geblieben irgendwann und hab dann die steuerung vergessen mitten im kampf hat er gespeichert komm nicht weiter das letzte level auf schwerster stufe könnte man vielleicht auch mal in betracht ziehen oh guter gene versuche in betracht ziehen äh zu zocken ist zwar schon alt aber geiles spiel remedy halten wir freuen uns die ergebnisse unserer jahrzehntelangen forschung mit ihnen zu teilen warum kommst du nicht einfach mit du bist doch auch soldaten oder du bist soldaten ich bin ja nur pilot die ja sie den 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 Eine Art beschleunigter Evolution, ähnlich dem, was in Paramo entdeckt wurde. Diese Krankheit zu verstehen und zu verändern, wäre der Schlüssel zum Geheimnis des Paramo-Effekts. Paramo-Effekt? Oh. Habe ich da gerade ein Viech gehört? Nach dem Sichern der Anlage wurde ein Labor errichtet und später ein Gefängnis, das es umgibt. Eine Forschungsbasis mit verfügbaren Tests. Aha. Deshalb wurde Black Iron gebaut. Es war alles eine Art Experiment. Ja. Guck an. Nach Jahrzehnten der Suche stehen wir endlich kurz vor dem Durchbruch. Dem Ursprung von allen. Dem nächsten Schritt unseres Projektes. Führer Solitarius. Aha. Ich habe das Gefühl, der Name ist Pockan. Ich weiß noch nicht, was es heißt, aber es klingt fies. Okay. Alles mal durchladen. Ist alles durchgeladen. Wasser. 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 Ich glaube, Wasser hatten wir noch gar nicht, ne? Wir hatten Schnee, wir hatten Matsch. Was ist das? Oh, fuck, Alter. Wollt ihr mich verarschen? Eine fremde Lebensform. Freigesetzt als Minenarbeiter zum Ozean unter der Oberfläche Callistos durchtragen. Als wir ankamen, war sie schon tot. Von Sicherheitskräften getötet. Doch im Kadaver fanden wir sie. Tausende von Love. Die Hauptüberträger der Krankheit. Oh. Wir sammelten Exemplare und waren sie in unser Zentrallabor auf Europa. Der Erreger wirkte als Beschleuniger der Evolution. Der hat die geliefert. Und machte die Kolonisten zu kaum mehr als geistlosen Rohling. Okay. Außer einem. Dem Subjekt Null. Dieser Mensch erhielt die Vorteile der Ansteckung. Erhöhte Kraft, Ausdauer und Lebensdauer. Ohne Intellekt und Menschlichkeit zu verlieren. Ah, ne, da. Er wurde zwar beim Ausbruch von Sicherheitskräften getötet. Doch sein Körper wurde ins Labor nach Black Iron gebracht. Und diente als Basis des Forschungsprogramms. Das klingt nicht gut. 5, 2, 1! Nein, Captain Ferris. Du und ich. Wir sind noch nicht fertig. Wir fahren zur Hölle. Wie du siehst, hat sich was verändert. Ja, ein bisschen. Ich habe die Oberflächenzugangstür gefunden. Ich habe alles in der Fläche gespürt. Geh weg. Ich habe die Oberfläche gespürt. Ich habe die Oberfläche gespürt, hat sich das. ich sollte eine andere waffe nehmen und mal irgendwie zur energie kommen nein nein die hat sich leicht verändern ist sie wohl zu spät sie wollte dir nur helfen aber bald wird sie eine von uns sein ich habe keinen health pack hätte ich mein health pack gebaut gekauft gebastelt einfach alles was haben wir noch am munition das ist revolver sturmgewehr 25 plus 17 ok 42 27 ding jetzt brauchen wir erstmal energie ja wollen wir an die oberfläche anscheinend ich brauche irgendwas wenn es so eine scheibe brot ist lila das licht alle hier v land noch nicht drücken sondern knopf erst mal gucken was wir hier finden sonst überleben weil die fahrt nicht ja ich habe das gefühl wir haben ein riesen problem geschafft abwarten digga dann ich schmeiße von bord ich muss runter alter schmeiße weg dies dies am ende schmeiße weg das nützt so nix das ist unfair ich wollte sie aufhalten ich werde nicht so ein ding werden genau erschießt sich selbst wir kriegen das nein lassen wir folgen einfach den plan wir gehen zum dom des wortens es muss ein weg geben das ganze umzukehren das weißt du nicht ja das ist nun aber wir gehen doch jetzt nicht auf wir ziehen das ding jetzt durch gemeinsam alle bist du bescheuert machst du weg ok los jetzt hoch mit dir ja fantastisch bisschen make-up dann ist alles ok die wirst du brauchen ok wir sind fast da abfahrt genau oh da steht unser vehikel immer noch nichts zum looten woher auch was haben wir hier credits ja wow hat wieder super gepasst direkt ein auto oh hier credits oh ich höre dinge ah da können wir bauen das kümmer verwenden so warum fahren wir nicht einfach mit dem auto na komm ja ich glaube wir sollten jetzt mal auf healthpacks gehen nein wir haben nichts zu verkaufen bei dir aber doch nicht 500 500 nachkosses da 500 damn boy ok 251 bräuchten wir oder muss ich viel zu viel verkaufen dafür das nicht gut ne ne verkaufen wir nichts davon wir vertrauen einfach auf die programmierer dass sie uns irgendwo was hingelegt haben aber erst irgendwann schluck prüft meinungsverschiedenheit meine geduld ist am ende maler es sind jetzt schon fast sechs monate ich bin kurz davor ko die biophage zu verstehen um sie wie subjekt null zu nutzen ich brauche nur mehr zeit nein was auf europa passiert ist war eine tragödie war eine erleuchtung dass der schauspieler auch immer abdrehen muss ne wenn der irgendwelche spiele mitmacht oh das ist ein tauri kommen wir da nochmal zurück puh mann schuhe komm lass es nochmal in den automaten gehen für ein tauri kriegen wir zwei healthpacks nein die geht nicht auf nicht gut nicht gut nicht gut ich sag es nur hallo mit dir wollen wir wegfliegen mit dir wollen wir wegfliegen ja was du kümmerst du die tür ah jetzt ist es offen buch 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 he 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 So schnell stirbt man.